Mein Name ist Levison Wood. Jetzt erforsche ich einige der letzten großen Naturlandschaften der Welt, um die eindrucksvollsten, jedoch gefährdeten Tiere des Planeten aufzuspüren. Um diesen majestätischen Tieren so nahe wie möglich zu kommen. Sie kommen sehr nahe. Perfekter geht es nicht. Abenteuer mit Levison Wood. Sonntags neue Folgen auf SkyNature und auf Abruf.